Das sind gute Neuigkeiten, murmelte sie leise, damit ihre Eltern sie nicht hörten. Wir können diese grässliche Stadt endlich verlassen. Vielleicht werden wir sogar im Palast leben. Als meine Zofe wirst du es viel leichter haben als jetzt. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, ob wir genug zu essen haben. Mama kann endlich aufhören zu arbeiten. Nomi lief schneller, als versuchte sie den Worten ihrer Schwester zu entkommen. Also machte sie das Beste aus dem, was sie hatte. Und sie hatte die Chance, eine der meistverehrten Frauen ganz Viridias zu werden. Wenn der Thronfolger sie erwählte, könnte sie die Mutter eines zukünftigen Regenten werden. Nichts sollte unerreichbar für uns sein, erwiderte Nomi. Genau das will ich damit sagen. Als sie ihre kleine Wohnung erreichten, hielt Renzo die knarrende Tür für sie auf. Nomi, Papa möchte, dass du gleich mit dem Abendessen anfängst. Ohne ein Wort stürmte Nomi an ihm vorbei ins Wohnzimmer. Serena sah, dass der Blick ihrer Schwester auf Renzos Schulbüchern verharrte, die aufgeschlagen auf dem Esstisch lagen. Dann schüttelte sie den Kopf und eilte zur Spüle. Auf den ersten Blick wirkten Nomi und Serena wie alle anderen Töchter in der kalten Industriestadt Larnos. Doch Serena hatte ihre Schönheit. Und Nomi hatte ihr Geheimnis. Der Rikscha-Fahrer trat kräftig in die Pedale. Das ständige Schaukeln und Ruckeln schlug Nomi auf den Magen. Je näher sie dem Palazzo kamen, desto fieberhafter wünschte sie, sie würden umkehren. Es war erst zwei Wochen her, dass Signor Pietro Serena auserwählt hatte. Und die Tage waren ebenso schnell und schmerzhaft vorübergegangen wie diese letzte, holprige Fahrt. Viel zu bald hielt die Rikscha am Rande der großen Piazza. Nomis Magen krampfte sich zusammen. Am anderen Ende des von Menschen wimmelnden Platzes glitzerte ein breiter Kanal im Sonnenlicht, gesprengkelt mit Scharen langer, schwarzer Gondeln. Dahinter, auf seiner eigenen Insel, erhob sich der Palazzo des Regenten. Rinzu drückte dem Fahrer etwas Geld in die Hand und half seinen Schwestern dann aus der Rikscha. »Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen«, er versuchte lässig zu klingen, doch seine Stimme zitterte. Serena, stets die pflichtbewusste Schwester, hielt den Kopf gesenkt, als er sie in eine höfliche, flüchtige Umarmung zog. Doch Nomi wollte davon nichts wissen. Sie drückte ihren Bruder so fest sie konnte. Er würde in Belacqua bis zur Ernennung der Graces warten. Vielleicht würde sie ihn schon in wenigen Stunden wiedersehen. Oder nie wieder. Diese Ungewissheit war unerträglich.